Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem YouTube-Channel. Und heute, my friends, gibt es einen Move für euch im Spielaufbau, der einfach mega overpowered ist. Wenn ihr das beherrscht, was ich euch jetzt hier gleich zeige, dann verspreche ich euch, werdet ihr keinen Ball, ich traue mich sogar, wenn ihr es wirklich beherrscht, werdet ihr keinen Ball im Spielaufbau verlieren. Euer Gegner wird nicht an den Ball kommen. Es hat nämlich nicht mit dem Shielding zu tun, was ihr jetzt vielleicht denkt, ja, gut, klar, Shielding. Nein, es hat nicht mit dem Shielding zu tun, Leute, es hat mit dem L1-Dribbling zu tun. Das enge Dribbling in FIFA 18, was ja wieder zurückgekehrt ist, FIFA 16 gab es das ja, FIFA 17 nicht mehr. Und jetzt haben sie es wieder zurückgeholt in FIFA 18, weil ja FIFA 17 da das No-Touch-Dribbling in dem Fall war. Jetzt ist No-Touch auf R1 und L1 ist wieder das enge Dribbling am Start und ich kann euch sagen, das funktioniert besser denn je in diesem FIFA. Ich habe das jetzt hier in der vergangenen Weekend League herausgefunden, wie effektiv das Ganze ist. Ich habe ja normalerweise immer, wenn ich zu einem Spieler passe und ein Gegenspieler kommt, haue ich Shielding rein. Und Shielding ist in diesem Jahr nicht so effektiv, wie es letztes Jahr war und man ist aber auch nicht mega beweglich dann. Und mit dem engen Dribbling, Leute, da habt ihr eine Bewegungsfreiheit, das ist einfach unvergleichlich. Und der Gegner kommt keinesfalls erstens mal an den Ball und zweitens könnt ihr ihn sofort bestrafen, sobald er einen Schritt falsch macht. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, falls ihr meinen Stream angesehen habt. Aber was ich genau meine, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Schaut euch das hier jetzt an. Ich lasse mal hier die erste Szene laufen. Ihr seht, ich habe Gareth Bale und passe jetzt hier nach vorne. Ich lasse jetzt mal hier fertig laufen. Hier war das erste Mal das enge Dribbling jetzt schon hier am Start, das L1-Dribbling. Und ich arbeite mich quasi ganz auf engstem Raum hier schnell nach vorne und verkacke es dann in dem Fall jetzt hier. Aber wir gehen nochmal ganz zurück, was halt der Kernpunkt hier ist. So, wenn jetzt zum Beispiel zu einem Spieler von euch passt. Ihr seht ja, dass oft ein Gegenspieler in der Nähe ist. Ihr wisst ja das. Gegner versuchen schnell das Pressing aufzubauen und drauf zu gehen. So, man neigt dann dazu, dass man das Shielding reinhaut mit L2 oder LT auf der Xbox. So, aber das Shielding ist dieses Jahr nicht mehr so effektiv. Weil manchmal kommen die Spieler dann doch ran und grätschen dann irgendwie von hinten rein und holen sich den Ball. Oder mit dem langen Kreis drücken. Da geht es trotzdem ab und zu. Und das ist mir nicht mehr so sicher gewesen. Und ich habe dann mit L1 ein bisschen angefangen zu spielen. Und ich habe gemerkt, dass wenn man die L1-Taste hält. Und jetzt kommen wir zur Erklärung, wie das funktioniert, Leute. Wenn man die L1-Taste hält, dann geht man quasi in das enge Dribbling. Ihr haltet die L1-Taste und dann kommt es mega aufs Gefühl an, Leute. Ihr achtet darauf, was der Gegner macht. Und dementsprechend bewegt ihr euch in die entgegengesetzte Richtung. Beziehungsweise ihr könnt durch die schnellen Bewegungen Finden machen. Und der Gegner kann nie genau wissen, wie soll er laufen. Er kann euch nicht antizipieren. Ihr nehmt ihm die Möglichkeit des Antizipierens, versteht ihr? Und wenn er versucht zu antizipieren, dann dreht ihr euch einfach ganz schnell um und seid aus der anderen Richtung weg. Wie hier zum Beispiel. Jetzt hier gerade mit Hullit. Ihr seht, ich mache einfach einen Bogen um ihn herum. Das wäre mit Shielding nie gegangen, dass ich hier, ich merke, ich habe Alliance hier gehalten. Ich merke, er versucht zu antizipieren hier. Und ich mache ganz schnell, ich halte Alliance und drehe den linken Stick quasi rundherum. Schaut mal, wie schnell er das macht. Zack, 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 und wie viel mehr vorbei. Ich merke das, so wie mit Cloubert hier wieder. Und hier mit Ronaldo. Dann wieder hier, merkt ihr das mit Pogba, diese schnellen Wendungen da. Links, rechts, links, rechts. Das könnt ihr so nicht machen. Das geht alles mit Alliance. Alles Alliance ausgehen. Zack, zack, zack. Ja, ihr könnt immer wieder Finden machen mit dem Körper. Und der Gegner kann nie genau wissen, wohin wollt ihr euch jetzt wirklich bewegen. Wie hier in der zweiten Szene. Ich passe wieder in die Spitze, wieder mit Cloubert. Seht ihr das? Wie ich mich hier drehe die ganze Zeit. Passe zurück, wieder in die Spitze und dann wieder auf Cloubert. Plötzlich ist der Raum da. Ja, und warum war der Raum da? Ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut von der Anwendung. Man kann normal im Mittelfeld das machen. Es funktioniert aber vor allem gut, wenn der Gegner an einem dran ist. Ja, wenn er hier versucht, ein bisschen Druck zu machen. Wenn ihr in die Spitze passt. Ja, dann funktioniert das super. Also, ähnlich wie bei den Shielding Spots. Macht ihr jetzt einfach immer mit der Alliance die Spots. Weil es ist wie Shielding, nur deutlich overpowerter. Ja, ihr könnt die gegnerischen Gegner einfach extremst ausnutzen. Ihr seht das hier. Ich drehe mich hier. So, er geht ein bisschen drauf. Dann geht er wieder zurück. Und jetzt, in dem Moment, passe ich zurück mit L1, ja. Indem ich hier kurz verzögere und mit ein paar Finden dem Gegner quasi, er weiß nicht, wo ich hin möchte. Deswegen geht er hier erstmal auf Nummer sicher. Und ich drehe mich und mache dann L1-X Pass nach hinten, ja. L1-X und dann wieder nach vorne und plötzlich bin ich vorbei an seinem Mittelfeld, ja. Ja, das funktioniert so gut, Leute. Und ihr müsst natürlich nicht immer ein L1-X machen. Wichtig ist halt, dass ihr den Ball erstmal sichert. Wenn ihr immer sicher vor das gegnerische Tor kommt, dann ist das die halbe Miete, Leute. Ihr seht hier, wenn ich hier am Start bin, jetzt verliere ich den Ball, ja. Aber da muss ich natürlich Risiko gehen. Hier muss ich anfangen, ja, künstlerisch zu werden, um natürlich ein Tor zu erzielen. Aber bis hierhin sollte man sicher vor das Tor kommen des Gegners. Weil entweder man kommt sicher vor das Tor und schafft es dann mit guten Moves und so weiter ein Tor zu schießen. Oder der Gegner verkackt es schon vorher und gibt Lückenpreis, die man dann sofort ausnutzt im Mittelfeld. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ihr geht so oder so auf Nummer sicher mit dem L1-Dribbling und arbeitet euch nach vorne. Und wenn der Gegner super steht, kein Problem, dann seid ihr beim Strafraum. Wenn der Gegner aber verkackt, nutzt ihr die Lücken, ja. Also ganz, ganz wichtig ist hier nochmal, das heißt, wir lassen nochmal die dritte Szene auch noch laufen. Ihr seht hier, pass zu Hullit und wieder, ja. Sobald ich nach vorne passe, pass und ich halte schon L1 sofort gedrückt, okay. Sofort L1 gedrückt halten und euch drehen. Dreht euch am besten immer, sobald der Pass nach vorne kommt, weg vom Gegner, weg, ja. Dreht ihm den Rücken sofort zu, er kann euch den Ball nicht wegnehmen, ja. Immer den Rücken zudrehen, das ist wie Shielding, nur dass ihr es manuell macht. Ja, wie manuelles Shielding fast, nur deutlich beweglicher noch. Und das funktioniert mit jedem Spieler, nicht nur mit technisch starken Spielern. Jeder kann, L1, jeder führt den Ball eng, auch Innenverteidiger, ja. Dazu ist kein Skill oder so notwendig oder keine Superskills oder sowas. Genau, immer zuerst wegdrehen und dann an sich trotzdem auch versuchen, falls der Gegner stark antizipiert, einfach das erkennen und wieder rundherum drehen. Ihr beeinflusst das Ganze, er kann nie so schnell um euch herumlaufen, wie ihr euch bewegt. Glaubt mir, testet das einfach, ihr werdet sehen, wie heftig das ist. Hier, der Pass einmal zurück, wieder nach vorne auf Bail. Und das Gleiche mit Cloubert, Achtung, seht ihr das? Wie schnell ich mich wegbewege vom Gegner, er kommt in meine Nähe, hier, und ich merke sofort, und weg, 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 ja. Also, ich lasse es gar nicht zu, dass ich hier irgendwie das Shielding einschalte. Weil wenn ich hier Shielding mache, dann bleibt er stehen, streckt sich, und der Gegner ist an mir dran. Ich kann mich hier aber manuell wegbewegen, weil ich stehe dann nicht. Mit L1 bewegt ihr euch ja, ja. Kurze Steps macht ihr, das heißt, das ist noch zusätzlich ein Bonus. Ihr steht nicht nur und bewegt euch herum, sondern ihr geht, ja. Das ist das, mit Shielding könnt ihr nicht gehen. Ja, das steht ihr nur. Und da bin ich wieder vorbei, seht ihr, nutze ich die Möglichkeit, passe da vorne, wieder, ja. Hier, habe ich mich weggedreht. Das war kein Shielding hier. Das war L1, ja. Ich habe den Ball mit L1 angenommen, habe mich weggedreht, seht ihr. Und dann hier schnell in das Kombinationsspiel, und bam, steht es hier 1 zu 0, ja. Ich habe das regelmäßig so gemacht, und ich habe, wisst ihr, wie sicher man sich fühlt, Leute. Man sicher nach vorne kommt, ja. Es ist, und man fühlt sich nicht so behäbig, weil Shielding bremst deinen immer. Ihr seid hier im Spielfluss, ihr macht die Pässe, bam, 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 pass, 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 pass. Und schnelle Bewegungen, der Flow bleibt immer gleich. Wenn ihr das einmal, nach ein paar Mal üben, kriegt ihr das hin. Das spürt ihr, wie schnell ihr das Spiel hier aufbauen könnt. Das habt ihr hier auch gerade wieder gesehen, ja. Ich lasse mal die ganze Szene nochmal durchlaufen. Hier, ich passe nach vorne, ihr seht das. Schnell drehen, pass, zack, wieder der Pass nach vorne. Wieder mit L1 wegbewegen, bam, bam. Der Pass nach oben, ne. Wieder mit L1 weg, pass, 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 Schuss, ja. Ja, das ist, das funktioniert in einem. Das Shielding ist dann Pass, Shielding, blub, alles ist gestoppt. Wisst ihr, was ich meine? Und ihr könnt keinen richtigen Pass machen, weil wenn ihr shieldet, steht der Gegner hinter euch und ihr könnt nach hinten nicht passen. So könnt ihr euch um den Gegner herumdrehen und spielt dann einen gefährlichen Pass. Also alles in allem. Unglaublich overpowered, Leute. Und hat nur mit L1 zu tun. Ihr haltet die L1-Taste, bewegt den linken Stick. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Um den Gegner herum. Nur Feeling-Sache. Die Spots sind ähnlich wie Shielding. Ihr setzt es einfach statt dem Shielding ein. Ich benutze fast gar kein Shielding mehr. Nur in Notfällen, wenn ich merke, der Gegner rast schon an mich ran. Mit Tempo. Und ich bin gerade dabei, den Ball anzunehmen. Dann kurz shielden. Das ist nur in ganz, ganz wenigen Situationen. Aber wenn der Gegner nicht an mir dran ist und ich kann den Ball erst annehmen, dann bewege ich mich. Versteht ihr? Ich bleibe beweglich, geschmeidig. Ich bleibe nicht stehen und warte, bis der Gegner kommt. Das ist wirklich unglaublich, Leute. Große Empfehlung an euch. Habe ich herausgefunden. Ja, jetzt vor kurzem für mich. Und funktioniert unglaublich. Unglaublich. Natürlich haue ich das dann direkt raus, damit ihr das auch könnt, Leute. Und damit ich euch helfen kann. Wenn euch das hier weitergeholfen hat, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ich freue mich jedes Mal über eure Unterstützung. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 18 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. In der Beschreibung findet ihr wie immer meine Social Media Kanäle, Leute. Also Facebook, Twitter und Instagram. Checkt das auf jeden Fall ab. Und da kündige ich auch immer wieder Streams an. Apropos Stream. Jetzt erstmal, wenn ihr bis hierher geschaut habt, bitte Hashtag Stream in den Chat. Und das ist auch gleichzeitig eine Ankündigung. Ja, ich werde nämlich heute Abend, ja, wieder am Start sein. Livestream ab 20 Uhr. Es ist sehr sicher 20 Uhr, aber checkt das trotzdem nochmal unten in der Beschreibung ab. Ja, werde ich anpinnen. Ob es 100%ig 20 Uhr ist, vielleicht sogar etwas früher. Ja, vielleicht ist es sogar 19.30 Uhr oder 19 Uhr. Aber es wird voraussichtlich 20 Uhr sein. Hashtag Stream, falls ihr bis hierher gesehen habt. Und wie gesagt, meine Social Media Kanäle abchecken. Ja. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Schreibt ins Kommentarfeld. Hat es geholfen? Habt ihr das gewusst? Alliance-Dribbling wusste man ja in der Offensive. Aber wie man sich hier so bewegt, ne? Das habe ich selber noch nicht so eingesetzt. Das ist eine neue Variante des Alliance-Dribblings. Also testen, üben und ja, Gas geben. Das war es für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank.